Ja, da kommen unsere Jungs! Uah! Uah! Feuer einstellen! Da kommen Verbündnisse! Kein Zeichen von Al-Assad, Sir. In Ordnung. Einfallen, Marines. Ganz ruhig. Vorsicht! Sechs Uhr, Devil Dog! Tug! 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 Der Panzer steckt einen halben Kilometer Der Panzer ist südlich von hier fest. Los jetzt! Bewegung! Bewegung! Gesichert! Jetzt! Hinterhalt! Kontakt rechts! Kontakt rechts! Das Gebäude soll unter Sperrfeuer nehmen. Wir müssen vorwärts. Weiter vorwärts! Alpha, legen wir die Treppe und attackieren ihre Flanke. Bravo! Feuerschutz geben! Saran, gehen wir! Jetzt auf Nachtsicht umschalten. Jackson, mit Reusowicz die Treppe hoch. Wir sichern den Eingang. Los! Vorsicht beim Feuern! Wir sind im ersten Stock! Verstanden. Verlagern das Feuer. Sicher! Sicher! Attackiere Ihre linke Flanke mit Ihrem Maschinengewehr. Mäh Sie nieder! Schießt durch die Wand auf Sie! Gut gemacht! Achtung! Weitere feindliche Truppen nähern sich dem Panzer. Sofort dorthin! Verstanden! Wir arbeiten dran! Over! Feindliche Soldaten! Sicher! 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 Mann am Boden hier! Sicher! Feindkontakt! Feuer eröffnen! Nageln Sie fest! Sir, die gibt es dann, weil Sie da draußen! Klappe halten und nageln Sie weiter fest! Verstanden! Sperrfeuer! Feuer! 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 Frei hit! Feuer! Derspichte! Feuer! corps hast du auf! Derspichte! Kontakt an der Überführung! Ich bin der Ich bin der Geht Ich bin der Die Aufklärung hat feindliche Panzer in diese Richtung fahren sehen. Raus aufs Dach und diese Javelin gegen sie einsetzen. Schon dabei, Sir. Private West hat's erwischt! West hat's erwischt! Jackson, an die Javelin! Jackson, den Panzer da mit dieser Javelin ausschalten. Feuer eröffnet! Feuer auf die Fahrzeuge am anderen Ende der Brücke. Beeilung! Jackson, in den ersten Stock und die Panzer ausschalten. Feuer auf die Fahrzeuge am anderen Ende der Brücke. Sie zerstört! Gut gemacht! Gut. Weiterfeuer! Guter Schuss, Mann! Wir sind auf der anderen Seite der Überführung. Los jetzt, zurück zum Trupp! Alpha 6, wie ist Ihr Status? Over! Wir sind noch einmal auf dem Singlestar! Es sind nur noch 4-4 übrig! Über der Panzer ist noch 1! Over! Alpha 6, die Rohrpick! Das Hauptgeschütze sind, aber wir haben noch unser Maschinengewehr! Sie kommen in Stellen setzen rein! Lasst Sie nicht zu nah an dem Panzer! Over! Kontakt im Osten und Schwerf Deutschland mit dem Süden! Randbereich halten! Bravo 6, Achtung! Mehr Feinde sammeln sich westlich von Ihrer Position! Over! 2 Charlie Bravo 6, erbitte Luftunterstützung für Feuermission! Over! Ja! Negativ, Bravo 6! Südlich von Ihrer Position befindet sich eine feindliche ZPU! Bevor Sie diesen verledigen, können wir keine weiteren Hubschrauber schicken! Jackson, fülle die ZPU und schalte sie aus, damit wir Luftunterstützung bekommen! Lopez, King, geht in Deckung! Alles klar, dann los! Sichert den westlichen Zugang! Bewegung! Das macht sie... N cura, wenn sie verscheidt sind Vorsicht! Raketenbäcker! Wir sind soweit! Jackson, mach schon! Jackson, Luftunterstützung unterwegs, aber ich brauche die genaue Position. Platziere ein IR-Signal und ziehe die Aufmerksamkeit auf dich. Over! Okay. Leuchtzeichen gesichtet. Wir kommen von uns aus. Bereit. Wir sind raus. Viel Glück, Jungs. Over! Kommando, Landezone gesichert. Bringt die Techniker rein, damit wir den Panzer wegkriegen. Verstanden. Sie sind auf dem Weg. Gute Arbeit. Over! Der Panzer neu formieren! Druck, los! Oh, fuck! Herhören! Wir haben nicht viel Zeit, den Panzer rauszubringen. Wir nehmen Verteidigungspositionen um diesen Sumpf hier ein. Hier und hier. Verschaffen wir den Technikern etwas Zeit, um ihn flott zu machen. Hurra! Wir haben Nikolai. Wir bringen ihn in ein Versteck nach Hamburg. Ankunft 0700. Ende. Was zum Teufel nochmal ist das? Raketebahnflug! Festhalten! Ist alles noch dran? Los! Hoch! Los jetzt! Wir müssen los, bevor die Suchtrupps hier sind. Gibt es Verluste? Paulson und beide Piloten sind tot, Sir. Scheiße! Okay, der Evakuierungspunkt ist nicht weit von hier. Machen wir uns auf den Weg. Tschüss!